So, jetzt sind wir wieder. Und ja, das Hintergrund ist echt unser Dorf. Also anscheinend einfach eingefroren in der Zeit. Unsere fünf Zwerge. Irgendwo muss es noch ein Sechster sein. Das Goblindorf. Ohne Goblins. Warum auch immer. Hm, okay. Spielen. Und da sind fünf Zwerge mit den Leitern. Das ist das Goblindorf, aber diesmal auch mit Goblins. Was wollten wir noch machen? Wir wollten eigentlich nur warten, bis die 14 Minuten um sind. Die Goblins, lasse ich Goblin sein. Ich will nicht gegen Goblins kämpfen und gleichzeitig die Wellen haben. Das wäre echt nicht schön. Pause. Ist doch Pause, wenn ich das hier drücke, ne? Ja, ich glaube schon. Die Lederrüstung. Dafür hätten wir gerne Leder. Seil. Tada, Lederrüstung. Wir könnten noch eine zweite bauen. Hast du wahrscheinlich auch sollten, außer die Eisenrüstung ist recht nah dran. Weil ich will jetzt nicht zwei Lederrüstung bauen, wenn wir in ein, zwei Textstufen Eisenrüstung bauen, können die echt nur Eisen brauchen. Weil Leder ist ja doch ein bisschen schwer ran zu kommen. Aber ne, Eisenrüstung ist hier hinten. Lederhelm, Leder, Leder, Schuhe, Eisen, Schwert. Ah, aber ja, keine zweite Lederrüstung. Allein schon wegen dem Helm. Der wird wahrscheinlich auch Leder brauchen. Und die Schuhe genauso. Das heißt, wir machen so, machen Equip. Unser erster Zwerg, den wir leider nicht umbenennen können, fällt mir gerade auf. Bekommt Lederrüstung. Tada. Jetzt können wir Lederhelm herstellen. Lederhelm braucht auch zwei Leder. Das ist unrealistisch. Sollte weniger Leder brauchen. Oh, zwei Lederhelme. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Das Spiel weiß schon, was es macht. Du, Lederhelm. Du, yeah. Du, Lederhelm. Das sieht ja cool aus mit seiner Brille. Okay. Haben alle Ausrüstung. Jetzt kommen die Leder Schuhe, richtig? Ja, sind da keine Leder Schuhe? Eine Schmiede. Au. Aber nicht vergessen, ich wollte nach den Schuhen gucken. Die sollten eigentlich als nächstes freigeschaltet werden. So, 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 so. So. Wir brauchen mehr Platz. Wo packen wir dich denn mal hinten? Unser Dorf geht bis ganz da hinten hin. So, komm, dann machen wir es mal. Nicht gut. Das weg. Remove Stim Torch. Machen wir hier raus den richtigen Raum. Remove Torch. Und da die Torch hin. Wir nehmen nur einen Fake-Angriff, ja. Und hier hätte ich gerne Dirt, da 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 hätte ich gerne Dirt. So, schau, 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 Jungs, wir haben nicht viel Zeit. So, schmiede in die Mitte. Und damit können wir wahrscheinlich auch gleich das Schwert bauen. So, Craft, können wir jetzt die Lederschuhe bauen? Nein. Lederschuhe. Ähm. Wie jetzt? Ich hab den Lederhelm, ich hab den Lederhelm aufgerüstet. Keine Schuhe. Ach so. Wir brauchen die Fishing Rod und den Helm. Das ist nicht so gut. Okay, Wooden Cage, Scaffolding, Wooden Bridge, das wird alles noch Holz brauchen. Und wir waren gerade recht fleißig beim Holz abbauen. Also da, Wooden Gauge. Brauch Holz, 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 Holz. Seil. Seil könnte ein Problem werden, weil dafür brauchen wir wieder Schafe. Und deren Wolle. So. Käfig fallen. Hehehe. Die Fackel mal weg. Da die Fackel hin. Und die Leiter mal weg. Und die Leiter mal weg, damit wir da und da fallen, hinstellen können. Warum bauen sie die Schmiede da nicht hin? Also mal die Fackel hinweg ist. Da und da sollten die Fackel hin. Zwölf Minuten. Weg da. Beat us. Ach so, die Tür fehlt noch, ne? Ähm. Ähm. Keine Tür mehr vorrätig. Wir haben kein Schloss mehr. Schloss braucht drei Eisen. Ah, da moll ich mir sehr viel Eisen. Schloss. Schloss. Holz, Holz. 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 Ähm. Da. So, bis wo? Mal Funkelsternchen hier. Funkelsternchen kommt von oben. Geht da rum. Geht da rum. Geht da rum. Geht bis da. Also sagen wir mal, hier ist Ende. Okay. Das kann auch noch weg. Die Schmiede will ich jetzt nicht setzen. Da. Schmiede. Da. 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 Doofes Ding. So. Also das braucht wirklich zweimal drei Felder Platz anscheinend. Was ganz schön krass ist. Und du bist nicht zufrieden, weil wir jetzt da eine Tür haben. Du bist ein doofes Totem. Ganz, ganz doofes Totem. Pilz Missy. Ja, schön. Da unten ist noch Eisen. Wo wir aber nicht rankommen. Move Torch. Das kann alles weg. Hier bitte ein Portal hin. Äh. Ja. Hier könnten wir noch abbauen. und dann da runter gehen. Oder hier durch. Also ja, wir haben auf jeden Fall noch genug mögliches Eisen. Und warum denn die Tintere Porta? Nee. Äh. Na gut. Wir wollten die Käfigfallen noch aufstellen. Eins, zwei, drei. Wie. Neue Aufgabe. Vanizianischer Stucco. Und Stahl. Und zehn Skelette töten. Ja. Stahl. Zwei Stück Kohle. Oh. Was zur Hölle bist du? Ich kann Kohle herstellen? Oh, warte. Ich habe da einen Verdacht. Das wäre jetzt lustig, wenn ich Rezepte... Da ist eine Mauer. Wenn ich Rezepte ausprobieren könnte. Nee, vielleicht ein Kohle, um daraus mehr Kohle zu machen? Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei. Nee. Oder Stucco. Du... 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 Replace us. Gucken, wie dir das gefällt. Replace us. Replace us. Du bist bei 43%. Zehn Minuten noch bis Angriff. Stucco gebaut. 43. 43. Das sieht aber echt schick aus. Aber jedes Mal Leben herstellen dafür. 43. Bringst du überhaupt Komfort? Durability 5, Komfort 1. Oh. Oh. Du glitschst wieder rum. Das ist nicht so schön. Wie viele Steine haben wir gerade? Zehn. Ist jetzt nicht so die Welt. Aber ich würde doch gerne mal hier die Decke und so weiter ersetzen durch Steinen. Denn es war auch ein Vorschlag aus den Kommentaren, dass wir doch mal unsere Festung zu einer Festung machen. Und nicht so einen Haufen Dreck, wie es jetzt gerade ist. Replace Front Earth. Replace Front Earth. So. Wir sind unseren Stein bewahren uns auf. Was machen die ganzen restlichen Zwerge? Die machen wir hier alles kaputt. Oh. Kaputt, kaputt, kaputt. Das Portal könnt ihr auch ruhig benutzen. Genau. Dann hätte ich gerne hier Dreck. Oh, da hat das auch Eisen. Hätte ich gerne da kein Dreck. Stopp, 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 stopp. Da kein Dreck. Das da abbauen, das da abbauen könnt ihr nicht. Das da abbauen kannst du auch nicht. Nee. Geh weg. Aber die hier müsst ihr die abbauen können. Und die Rückwände da. Genau. Da ist noch ein bisschen was. Aber es lohnt nicht. Und wir haben es Nacht und noch neun Minuten. Warum findet ihr keinen Weg? Oh, die finden keinen Weg. Hier hin findet ihr keinen Weg. Durch das Portal durch. Ernsthaft? Ah, das Ding ist nicht im Weg. Nee, ist es nicht. Ist nicht im Weg. Hab jetzt wieder irgendwo einen Block gesetzt, ohne es zu merken. Oh, vielleicht können sie nicht an der Schmiede vorbei. Das wäre peinlich. Do select wall of check control. Das testen wir nochmal. Wir können rausgehen. Wir können keine Leitern runterspringen. Der da benutzt auch fleißig den Teleporter. Also kein Problem. Du kannst an der Schmiede vorbei. Kannst du die Tür durch. Ist alles gut. Abgesehen davon, dass er sich jetzt wundert, warum er hier hingegangen ist. Aber das lassen wir mal so stehen. Wack, wack, wack. Und du, du, komm. Aber komm nicht weiter. Ja, war wohl einfach nur ein kleiner Bug. Carbon Tabu. So, und ihr könnt ruhig mal hier ein Portal haben. Take control, release. Das da kann totgarnen werden. Das da kann mitgenommen werden. Das da kann abgebaut werden. Das hier kann alles abgebaut werden. Die Blöcke sehen ja so komisch aus. Als wenn es noch eine Ebene geben würde. Also bisher hatten wir immer die Rückwand. Den Block vorne, auf dem man stehen kann. Aber die hier sehen jetzt noch weiter vorne aus, als der da zum Beispiel. Seht ihr das hier? Das überlappt so ein bisschen. Komisch. So, das da weg. Das da erst später weg. Die hier alle weg. Weg, 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 weg. Das müsste erstmal genug Eisen sein. Das ist der kann auch noch weg. Sechs Minuten, nee, sieben Minuten. Und wir haben es gleich wieder Tag, glaube ich. Craft, was haben wir Neues denn? Craft Sachen. Genau, Stahl. Kohle, Kohle, Kohle. Zehn. Stahl hergestellt. Sheen, Scaffolding. Scaffolding brauchten wir für die Lederschuhe. Weil das hier so sehr Sinn macht, Lederschuhe erst erforschen zu können, wenn man Scaffolding hat. Was wir natürlich auch gleich setzen müssen, sonst können wir ja nicht weiterforschen. Scaffolding. Steh mal da hin. Das müssen wir nur bauen, ne? Oh, warum? Geht der jetzt noch unten? Okay. Die Craft. Brücke. Planken, drei Stück. Haben wir gerade noch. Dumm, 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 dumm. Holz. Nein. Da. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Brücke, wie wir sie da sehen, und der anderen Brücke, die wir ganz am Anfang gebaut haben? Außer, dass die hier wahrscheinlich epischer aussieht. Oh, die muss auch am Carpentry-Thing gebaut werden. So, mal gucken, wer sich jetzt angesprochen fühlt, die Holzsachen herzustellen. Du, hast du einen Carpenter-Skill? Du bist Rick. Equipter. Rick ist Carpenter, ja? Dann benutze mal das hier. Hast du gleich mehr Skill und machst das Ganze schneller. Yum, 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 yum. Wir haben ein, zwei neue Steine. Replace Front Earth. Da kommen wir gar nicht ran, ne? Das ist doof. Bis zum nächsten Mal. Da kommen wir zum nächsten Mal. Vielen Dank.